Ich habe in meinem Leben zu lange darauf gewartet, dass Dinge besser werden, dass alles irgendwann vielleicht doch unkompliziert wird oder die Liebe sich so ergibt, wie ich sie mir in meinen Gedanken ausmale. Die Wahrheit ist aber, es wird nicht automatisch leichter. Nicht, wenn Wochenende ist oder Ferien oder wenn die Prüfung vorbei ist. Man hofft viel zu oft, dass sich Menschen und Umstände auf magische Art und Weise irgendwie ändern. Die Wahrheit ist aber, wenn Menschen sich Zeit nehmen wollen, dann werden sie sich Zeit nehmen und wenn sie wirklich keine Zeit haben, dann werden sie dich trotzdem wissen lassen, dass du ihnen wichtig bist.